Hallo und willkommen zurück zu Grounded. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt schlafen. Damit muss es uns hell machen. Ja, also ihr verpasst hier bei mir nix. Absolut nix. Forschen können wir auch im Moment nix. So, schlafen, Achtung. Aufwachen, 3.41 Uhr. Es ist halt, ne, es ist wie es ist. Es ist ja wie es ist. So müssen wir auf jetzt. Wir müssen hier das ganze Zeug... Dann machen wir das mal jetzt noch schnell weg. Dass wir dann schlafen können, bis es... Hell ist. Zumindest fast hell. So, hier, das ganze Zeug, das ist einfach so viel, was hier umliegt. So, wir wollen heute auf jeden Fall ein bisschen die Base noch... Erweitern. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Schmeiß das mal hier hin. So. Damit wir ja dann auch ein bisschen, äh, Platz haben. Die Werkbank steht heute im Vordergrund. Die müssen wir uns auf jeden Fall aufbauen. Deswegen versuche ich jetzt mal ein bisschen hier... Sag ich mal her. Das passt alles. So. Okay. So, jetzt gehen wir mal... Guck, wie sieht's aus mit Schlafen? Können wir jetzt bis... Wann? Ne, 4 Uhr. Ne, sind wir noch nicht. Also, 5.30 Uhr, sag ich mal. Weißt du? Das ist so das Ziel, was wir haben. So, sehr schön. Guck dich das an, ja. Das mal durch hier. Ja, sehr nice. Sehr nice. So, packen wir uns das alles schön da hin. Dann haben wir schon mal. Da können wir ja auch richtig was machen. So. Die Fakke ist nämlich auch gleich durch. So, 4 Uhr. Ja, komm. Ich weiß nicht, was ich schlafen will. Das ist doch noch ein bisschen früh, ne? Ah, wenn ich jetzt schlafen will, macht er nicht, ne? Ja, ja. Das ist zu ausgeruht. Ah, schade. Okay, lass mal gucken, ob hier irgendwo eine Puste... Hier ist schon mal ein Tropfen. Äh, Tropfen, Tropfen. Da komm ich nicht hoch. Junge. Junge. Super, wir gehen erst mal was essen. Hier haben wir ja noch was drin. So, zack. Gehst ins Inventar. Darfst du dir... Woher muss denn hin? Hier. Verbrauchen. So, dann kannst du das braten. Sehr schön. So, die Facke ist jetzt durch. Kann man die reparieren? Platz zuweisen, fallen lassen. Habe ich die hier irgendwo drin? Ne, jetzt ist sie weg. Hey. Okay. Hey. Ist die Facke jetzt weg? Siehst du hier irgendwas? Nö, nö. Wir auch nicht. Ich finde das halt schade, dass die keinen festen Platz haben, ne? Fallen lassen, reparieren. Das kann ich reparieren. Ja, reparieren mal. Ist ja cool. Können wir das reparieren? Ja, kann ich auch reparieren. Sehr schön. So. Oh mein Gott, ich habe schon wieder einen Schlucken. Ähm. Frage. Wann wird es mal wieder hell? So, wir brauchen Stänge. Wir brauchen Pustelblumen. Ah, und wir brauchen... Ja, wir brauchen hier fürs Dach auch noch. Ich vergaß. Komm, wir laufen schon mal. Ey, was los hier? Will jemand stressen oder was? Oh, Junge. Das ist die Angst, dass man dann die große Klappe hat, weißt du? Ach, herrlich. Höh? Höh? Ei, was ist ja ich hier vor? Ne, von dir will ich nichts, mein Freund, im Moment. Was ich suche, so ein Pustelblumen. Weißt du? Wo finde ich denn hier welche? Hast du eine Ahnung? Da ist eine. Die ist ziemlich weit weg, ey. Ey, ernsthaft, wieso ist die so weit weg? Hier am Saftdings. Guck mal, da ist höher ein Safttropfen runtergekommen. Sehr schön. Siehst du? Einmal frei. So, dann können wir hier die Pustelblumen weghacken. Ja, ja, mach doch mal langsam. Der hat immer, ne? Eine Eile. Der haut immer wie so ein Ochse hin. So. Hier hätten wir noch zwei rumliegen. Von der Maschine. Am Platz, so Richtung, ne? Da hinten sehe ich schon unsere Base. Wir wollten übrigens noch eine Markierung setzen. Fällt mir gerade ein, dass wir die auch sehen. Müssen wir mal gucken, wo wir die hinbauen. So, was machen wir? Erstmal das Dach fertig, oder? Hätte ich jetzt schon Lust drauf? Zack. 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 Sehr schön. Dach steht. Cool. Ah, nice. Ah, ich freue mich. Ey, es ist wirklich so. Ich freue mich wie so ein kleines Kind im Moment. Weil einfach dieses Spiel so großartig ist. So, weißt du? Und man arbeitet ja auch extrem gut dran, das immer vernünftig weiterzuentwickeln. Was ja auch wieder für uns positiv ist. Nummer one, das Blatt. Das Blatt war da. Am Saft. Beim Saft hier irgendwo müssen die Dinger sind. Irgendwo hier beim Saft. Was? Was los? Leute, was los? Ich hatte hier irgendwo noch zwei so eine... Da, ich sehe sie. Sehr schön. Da kriegen wir auf jeden Fall nochmal einen Jurist fertig jetzt. Und so gut belebt ist das auch momentan, ne? Also, irgendwas läuft hier immer rum. Ist jetzt nicht irgendwie so, dass es so langweilig ist oder so? Ne, finde ich echt gut. So, gucke hier, hier kommen wir ins Häuschen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was nehmen wir jetzt als nächstes? So, ich würde sagen nach hinten. Ja, wir brauchen jetzt noch zwei, vier, sechse, acht. Acht Stängel brauchen wir noch. Ja, acht Stängel brauchen wir noch. Hat er gedruckt? Ja, hihi. Im Sprung, hast du es gesehen? Im Sprung. Hat er geschlürft. Ne, das ist keine Pusteblume. Hm. Ist jetzt halt, ne? Das ist jetzt halt. Machen wir nun jetzt? Wat machen wir jetzt? Wir brauchen Boosted Blume. Olleh, hier gerade, warte mal. Lass uns mal... Passiv. Äh, ich weiß halt nicht, ob das wirklich respawnt oder ob das vorhin einfach nur Glück war. Oder, äh, dass wir gestern da noch einige gefunden hatten. Manchmal ist es schon, ne? Ne, warte, auf der anderen Seite hat sie das alles. Hier, genau. So. Sehr schön. Ja, weil ich weiß nämlich nicht, ob das hier... ...irgendwie doch wieder nachspawnt. Was läuft da? Wollt da nicht irgendwas hier laufen? Ich sehe schon die Spenster. Ähm, dass wir das nach und nach dann aufbauen. Äh, mit den Stängeln, wenn das wieder respawnt ist. Falls es respawnt, ich weiß es ja nun auch nicht. Deswegen würde ich sagen, wir zeichnen uns jetzt erstmal grob hier oben die Werkbank an. Dass wir die jetzt erstmal haben, weißt du? So, Werkbank. Da braucht man, braucht man eigentlich nicht viel. So, stell dich mal hier oben hin. So. Zack. So, was braucht man? Sprüsslinge. Drei Gras und zwei Saft. Haben wir irgendwo zwei Saft? Saft. Und drei Gras. Jawohl, sehr schön. Leute, wir haben die Werkbank. Wie geil. So. Und jetzt kümmern wir nämlich auch die Ameisenkeule. Da brauchen wir Ameisenbrocken. Und Ameisen... Was ist denn das? Schaden? Ah, der macht unten nicht Schaden. Der Speer macht nicht so. Der Speer ist super schnell. Stachel. Ah, guck mal. Der wäre hier tausendmal besser. Rote Ameisenkeule. Haben wir Ameisenzeug noch da? Nö. Natürlich nicht. Natürlich nicht. So, können wir noch irgendwas rüberschmeißen erstmal? Hier, das kann gestreckt werden. Das kannst du... Das kannst du rüber... Da kannst du einmal rüber. Ja, wir müssen halt gucken, weißt du? So. Ein bisschen massertieren hier. Aber wir können nichts weiter rüberpacken, ne? Eiche Dinger haben wir jetzt auch. Hier ist noch Läusetau. Okay. Ähm... Jut. So, gucken wir mal, ob wir eine Pusteblume sehen. Ansonsten hat sich das jetzt erst einmal... Geschissen. Hätte ich jetzt fast gesagt. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir nur ein Gartenbeet. Hier haben wir Dings. Was ist denn hier mit den... Ach, Wasserbehälter. Da können wir das Wasser nur ein... Ne, ich will jetzt erst einmal... Hier eine große Truhe. Die könnte man sogar bauen. Eine große Vorratskiste. Die würde ich jetzt mal drehen. So. Zack. So. Jetzt brauchen wir zwei Blätter und vier Saft. Vier Saft. Und die Blätter haben wir nicht. Okay. Können wir das mal rüber? Schmeiß das da mal hin. So, und jetzt brauchen wir noch Kleeblätter. Lass uns mal Kleeblätter holen. So schön nach und nach gemütlich hier aufbauen. Das... Ja. Bis wir dann... Die nächsten Sachen vielleicht irgendwann angehen. So, irgendwo eine Pusteblume. Entdeckt hier irgendwo einer? Ne. Na, schöner wäre... Warte mal, ist da nicht einer? Doch, da hinten ist eine. Guck mal. Hinter dem Blatt. Warte. Hier. Hier, ich hab's. Ich hab's. Er haut aber auch immer fünfmal hin. Sehr schön. Okay, das passt. So. Jetzt hier. Eins, zwei, drei. Vier. Fünf. Sehr schön. Okay. Aber hier ist noch eins. Ist halt... Wir wollten auch übrigens Dings bauen. Fällt mir grad ein. Die Markierung. Dass wir die denn auch auf der Map sehen. Also nicht nur auf der Map, sondern auch wenn wir hier so rumgucken, ne. Wo unser Zuhause ist. Automatisch speichern. Das hör ich immer gerne. So, hier ist das. Da haben wir ihn. Sehr nice. Das heißt, wir kriegen schon mal zwei wieder fertig. Eigentlich könnten wir drei fertig. Hier, schritt mir eine Ameise. Glaubst du dich das? Junge, was los? Eins. Zwei. Drei. Hau ab. Sonst komme ich mit der Keule runter. Ja, herrlich. So. Eins. Zwei. Drei. So, dann machen wir hier oben mal ein bisschen Platz noch. Alter, das ist so geil. Ah, schön. Merkst du, oder? Ich bin so richtig happy mit dem Spiel grad. Weil es halt aber auch übelst viel Laune macht. Was macht denn der? Ich meine, ich brauche euch ja, ne. Ist ja nicht so, dass ich sie nicht brauche, ne. Für die Keule. Für die Keule, mein Heule. So. Da kannst du das ja nämlich alles rein. Brauchen wir das ja nicht ewig mit uns rumschleppen. Guck mal hier, den Ameisenkopf müssen wir noch erlernen. Da ist schon wieder einer, ne. Ach ne, ist doch Rüsse. Ist doch Rüssegefer, Junge. So, dann sammeln wir das ganze Zeug auf. Irgendwann werden wir alles brauchen. Und dann sind wir froh, wenn wir es haben. Ist so, ne. Das ist wirklich so. So, mal sehen, wann der nächste Ameise kommt. Das ist doch cool. Die kommen, die kommen zu uns, weißt du. Und dann kannst du einfach hauen. So, was brauchen wir? Zwei rote Ameisen dann. Ja, ja, ja. So. So, lass mal kurz gucken, ob wir das echt noch erforschen müssen. Jo. Analysieren. So, 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 heul. Rote A, was? Arbeiter, Ameise, Wanddeko. Okay, und wieder 30, äh, 30 Punkte. Sehr schön. Wie sieht's aus? Hohenschmalz. Das dauert noch ein bisschen. Sehr schön. Okay, haben wir das auch? Da haben wir das auch. La, 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 la. Sehr schön. Dann können wir das nämlich alles hier rüber. Und wir sind hier schön sauber. Clean und sauber. Nice. Fällt mir. Fällt mir richtig gut, dass das hier auch so funktioniert. Pflanzenfasern. Die Stängelchen. Was ist denn eigentlich jetzt unser nächster Schritt, wenn wir hier uns jetzt so ein bisschen aufgebaut haben? Eigentlich so ein bisschen erkunden, ne? Also, quasi so gesehen. Alter, guck dir das an hier. Was, was du hier für Zeugst kriegst, ne? Naja, später wird das ja, ne? Jede Kiste hat dann einen Gegenstand und... So, ich bin gerade... Ah, wir wollten die Fahne bauen. Siehst du, ich hab's wieder vergessen. Oh, Junge, ich hab bestimmt schon ein paar Mal hier rufen. Naja, ist halt so. So, eine Wegmarkierung. Eigentlich würde ich hier oben noch einen Zaun nennen. Warte mal, bis auf jetzt. Pass mal auf jetzt. Pass mal auf. Äh, nächstes Material. Holz. Da brauchen wir Eichenschale. Eiche, Dings. Die Disteln haben wir noch nicht. Grobes Seil. Hammer, Sprössling haben wir auch. So, bis auf. Einmal. Zweimal. So, was brauchen wir? Grobes Seil, Viere und Sechs Sprösslinge. Grobes Seil, Viere... ...und Sechs Sprösslinge. So, und noch einmal herstellen. Seil. Sehr schön. Das ist halt das Schöne. Wenn du jetzt alles hast, weißt du? Du kannst dich ja bauen, Junge. Das ist so geil. Äh, wir brauchen... Jetzt brauchen wir die Fahne. So, hier. Genau. Die stellen wir uns einfach... Warte. Leute, was war denn das eben? Oh, da oben fliegte Vogel. Alter, Vogel! Vogel! Kann der mir wehtun? Ich frage für einen Freund. Kann der einen wehtun? So, jetzt brauchen wir noch ein Plättchen. So, da gehen wir noch mal vor. Hier noch ein paar Kläblätter. Ein paar Kläblätter. Können wir gleich mal ein paar mehr mitnehmen? Weil da werden wir früher oder später auch viele brauchen. Ja, du musst da treffen, Junge. Ja, Junge, Muskel, was ist los hier? Du musst da treffen, mein Freund. So, Risik-Hebrüchen. Ach, toll. Okay, so. Okay, komm. Ich will ja ein bisschen mehr schaffen. Aber guck mal, wir haben schon ein richtig schönes kleines Häuschen gebaut. Ist ja nice, ehrlich. So, sehr schön. Wie jetzt eigenen Marker setzen. Genau. So, zu Hause. Machen wir grün. Kann man das auch irgendwie beschreiben? A, B, C, D. Höhle. Ach, du kannst ja... Ach, wie krass ist das denn? Bitte hier. Ameise hier vor sich tot. Geil. Okay, cool. Ja, perfekt. Wenn ich jetzt weglaufe, wird mir das immer angezeigt. Ja, geil. So habe ich mir das vorgestellt, so habe ich mir das gewünscht. Ist so, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, wie sieht es aus mit der Pusteblume? Ne, die kommt nicht wieder. Das ist natürlich mistig. So. Ich sollte mal zwischendurch auch öfters mal speichern, ne? Äh, wann ist denn der? Ach, du Scheiße, der ist ja uralt. Der ist ja uralt, der Spielstelle. Der ist ja wirklich uralt. Äh. Äh. Space. Ja. So. Geheimlabor? Hä? Egal. Wir haben einfach jetzt gespeichert. So. Gespeichert haben wir. Was ist denn eigentlich hier drin? Nichts. Herr Rössler? Wo sind... Ach, die Disteln wollten wir ja noch holen. Siehste, wo finden wir denn das jetzt wiederum? Also, ich kenne mich ja halt hier auf der Map noch nicht so aus, ne? Das ist klar. Also, ich weiß jetzt auch nicht, wo was ist. Aber wir werden es halt rausfinden. Sammon, Saft. Hallo. Rössl. Der kleine Rössl. Der Rössler. So. Was haben wir hier? Hier hatten wir diese... Ah, gucken wir. Hier haben wir noch... Wir haben hier noch ein... 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 Ein Dings. Ey, das ist ja echt Wahnsinn, ne? Und wie... Also, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das Follower geworden ist, das Spiel, ne? Dass hier viel, viel mehr Sachen auch sind. Hier sind doch diese... Gucke hier, ich habe sie gefunden. Sehr nice. Was konnten wir uns da bauen? Wir konnten ja jetzt, ne? Ein bisschen was konnten wir ja jetzt machen, ne? Ich weiß nicht, wie viele haben wir jetzt? 20 Stück? Das ist doch schon mal was. 20 Stück haben wir schon mal. So, jetzt könnten wir das eine Teil fertig kriegen. Dann könnten wir das erkunden. Ja, wo ist das? Wo ist er hin? Ich mag das, wenn du hier rumläufst, weil da weiß ich, du bist friedlich. Anders wie diese eilen ekligen Spinnen, die ich überhaupt nicht mag. So. War das nicht auch so? Hatte ich das nicht gesehen gehabt, dass du jetzt auch auf die Bienen reiten kannst? Dass du da mit dem fliegen kannst? War da nicht irgendwas? Oh, ein Marienkäfer. Hallo. Die sind ja auch eigentlich friedlich, aber die können aber auch, ne? Wenn sie reizen tust, dann hast du ganz schnell ausgedient. Grüße. Ich grüße dich, my lady. Ah, geil. Ah, ich mag das so. Genau, hier so. Space analysieren. So, was kriegen wir jetzt? Was kriegen wir jetzt? Stachel heilen. Stachel heilen. Ja, und 30 Pro-Wissenschaft. Okay. Wieder ab, bis er hören. Schmalz. Rinnen die alle rüber. Sehr schön. Was ist das hier? Keine Ahnung, geht nicht. Keine Energie. Okay, der hat mir gesagt, keine Energie. Sehr schön. Ja, ich brauche euch. Es tut mir halt leid. Es nützt aber nichts. So. Lass uns mal gucken. Was haben wir hier? Hier ist der Baseball, genau. Hier sind wir hier rausgekommen, ne? Irgendwo hier aus irgendeiner Hütte. Irgendeiner Höhle. Da, da sind wir rausgekommen. Schön. Haben wir hier irgendwo vielleicht auch da oben ist noch eine Pusteblume. Da kriegen wir das doch jetzt fertig. Ist das das hier? Ja. Hau rin, Junge. So. Sehr schön. Hallo. Mich vorbeilassen. Dann nehmen wir das Speer. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Und einen hätten wir jetzt hier noch. Okay, cool. So langsam wird das doch hier. Da haben wir jetzt... Ah, guck mal. Da haben wir das doch heute fertig gekriegt. Ich habe schon damit gerechnet, dass wir das heute nicht hinkriegen. Dass wir hier die Rüste fertig kriegen, weißt du? Mal gucken, weißt du? Ja, nur noch das eine. So. Dann kannst du die hier nämlich erstmal hier hinpacken. Dann können wir hier nämlich den Grasboden noch weiter ausbauen. Sehr schön. Da brauchen wir jetzt wieder Quäßchen. Machen wir uns erstmal die hier weg. Dass die uns hier nicht mehr so rumliegen. So, dann wollen wir noch drei Stück. Sehr schön. Eins, zwei, drei. Alter, wie viel da aber rumliegt, ne? Komm her. Ich brauche dich. Ameisenbocken. Wir brauchen eigentlich was alle... Was brauchten wir noch? Warte mal. Wir brauchten eigentlich... Lass mal kurz an die Werkbank gehen. Wir brauchten für den Hammer... Hier, das hier. Rote Ameisen... Mandibeln. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das sind die großen Ameisen. Hier, den können wir uns doch schon bepausen. So. Jetzt haben wir schon mal ein Knüppel. Der ist zwar langsamer, aber... Er macht auf jeden Fall mehr. Ja, so. Wer legt sich jetzt mit mir an, hä? Wer legt sich jetzt mit mir an? Keiner. Gut, ich auch nicht. Sehr schön. So, jetzt ist halt die Frage, ob wir hier noch ein Gestell drunter ziehen. Oder ob wir das so lassen. Weil es sieht ein bisschen komisch aus. Aber ich würde auf jeden Fall nach hinten noch ein bisschen gehen. Müssen wir halt mal gucken, wie wir das jetzt anstellen. Am besten von oben. Warte, ich hab's gleich. Ah, schön. Sehr nice. So. Sehr cool. So. Einen hatten wir ja hinten noch liegen. Komm, wir holen den mal. Jetzt haben wir ein Knüppel. Jetzt hält uns nichts mehr auf. War es hier lang? Ja, hier lang. Beim Baseball. Genau. Sehr schön. Wie sieht's aus? Oh, das ist Zeit schon wieder fast rum. Ey, die Zeit vergeht, Leute. Und wir schaffen hier gar nichts. Also eigentlich das, was ich alles schaffen möchte, ne? So in einer Folge. Das kriegst du gar nicht hin. Warte mal. Was haben wir denn da? Ist das nicht... Das können wir nämlich noch erforschen. Warte. Hier, die Schippe. Wo haben wir die Schippe? Auf der 5. Nehmen wir die 5. Ja, wenn dieser große Schatten kommt, ne? Yeah. Super. Da können wir doch auch wieder ein bisschen was... Ja, vorstelle. Hier haben wir noch den Stängel. Sehr schön. Ne, da können wir wieder zurück. So, da können wir nämlich noch was freischalten. Und wir können... Wir können noch das eine Dingens fertig machen. Genau. Oh, hier unten ist leer geworden, ne? Weil die Ameisen das wegfressen. Die Säcke. So. Dann warte. Wir bauen jetzt noch schnell hier die Decken rein. 1, 2, so. Brauchen wir nämlich auch wieder. So, noch drei Stück. 1, 2, 3. Sehr schön. Jetzt haben wir uns hier oben schon mal schön aufgeräumt. Naja, das wird hier alles noch zugemacht, ne? Aber das dauert halt, Freunde, ne? Das dauert halt. Aber wir werden das auf jeden Fall noch hinkriegen. So, hier die Stacheldinger kannst du mal weg. Das kannst du weg. Das, 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 das. Das schwer kannst du hoch. Das muss man jetzt erforschen. Mal sehen, was wir da kriegen. Los, kommt, das machen wir noch. Da hätt ich Bock drauf. So, du musst hier mit den Dingern arbeiten, ne? So, guck hier hier. Das kannst du mal erforschen. Was kriegen wir? Leben, Fundament, Leben, Rampe, Rüstungspuppe. Sehr nice. Und Waffe, Wanddeko. Ah, sehr nice, sehr nice, sehr nice. Hirnschmalz gibt es auch nochmal. Öfter Haube. Oh, das dauert ja noch ein bisschen. Aber da, schön. Cool. Naja, einmal frei. Wer hätte es gedacht. So, bis jetzt wollte ich den Leben natürlich rüber. So, der nimmt sich ja hier die Sachen. Siehst du, der nimmt sich ja die, äh, alle außen. Oh, wir können die Trinkflasche, wer jetzt, oh, sehr schön. So, wir haben die Trinkflasche, endlich haben wir die auch noch gebaut. Siehst du hier, Pfeile. So, wir haben 15 Pfeile, Freunde. Auch gut. So langsam wird das doch. Eine Fackel. Fehlt uns doch. Ah, trocken, das muss man auch noch sammeln. Reparaturwerkzeug, weiß ich jetzt erstmal im Moment nicht. Hier brauchen wir Rüssel, Käferfleisch, vier Stück. Haben wir eigentlich schon mal wieder eine neue Mutation freigeschalten? Nö. Ne, haben wir nicht. Okay. Wie sieht es denn aus mit rüstungstechnisch? Was können wir denn bauen? Die Eichelmaske. Die roter Schleppkapazität, leichte Rüstung. Maximale Gesundheit, schwere Rüstung. Eichel, maximale Gesundheit. So. Wenn wir jetzt... Sauber. Sauber, Freunde. Pass mal auf, jetzt hier, guck mal. Kopf. Unterkörper. Und ober. Ja, geil. Sehr schön. Wie sieht jetzt hier der Status aus? Verlängert die Verzögerung, bevor sich die Ausdauer zurecht. Ach, scheiße, okay. Erhöht maximale Gesundheit. Du bist eine harte Nuss und wirst weniger leicht betäubt. Sehr schön. Okay, krass. Das haben wir doch, ne? Ist so nice. So, hier haben wir den Trink. Wieso liegt eigentlich da der Riegel da troffen? Das begreife ich nicht. Egal. So. Gucke mal. Sehr nice. Wie kann ich mich drehen ohne... Naja. So, können wir da noch irgendwas erforschen? Der Tag neigt sich an dem Ende noch. Nö, erforschen können wir nichts. Okay, haben wir irgendwo noch ein Tropfen zu trinken? Oh, guck mal, die Blume ist wieder da. Cool. Also doch, also respawnt das ja doch. Komm, die holen wir noch. Bevor es endgültig zu dunkel ist. Holen wir uns die Pusteblume noch, dass wir wieder ein bisschen was noch fertig kriegen. Und dann schauen wir mal. Wie geil, die respawnen ja doch. Das dauert ungefähr einen Tag, ne? Ungefähr einen Tag. Und dann respawnt das halt. Sehr schön. Oh Gott. So, jetzt weggefallen mir. Eins, zwei. Drei, vier, fünf. Und hier wäre noch der sechste. Den können wir nicht, ne? Da bräuchte man halt die Ameisenrüstung. Okay, das war auch nicht schlimm. Aber ich bin echt zufrieden mit dem, was wir bis jetzt so alles geschafft haben. So. Jetzt nehmen wir hier die Sachen mal noch weg. Dann hauen wir nämlich jetzt hier erst mal blank. Verstehst du? So, bitte auf. Wie sieht's aus zeitlich? Ja, sind wir schon drüber. Aber das ist jetzt hier. Ja, ey. Wie spät haben wir es denn? Ja, das wird ja... Ey, was los mit euch? So gestresst oder was? Ich weiß ja nur nicht. Was mit dir? Hast du das hier sehen? Der macht das kaputt. Wie doch verwerten Stänge hier ist. Ich glaube, wir brauchen unser Reparaturwerkzeug. Ach, verdammt. Mann. So. Ah, du merkst, ich will heute nicht ausmachen. Das ist jetzt die letzte Folge, die ich am Stück aufnehmen kann. Da war es das nämlich schon wieder für mich. So, ist ja egal, ne? Dann machen wir halt Moin weiter oder über Moin. Mal gucken. So. Komm, auch das machen wir jetzt hier noch gemeinsam. Das möchte ich heute noch fertig haben. Das ganze Zeug hier unten weg schaffen. Dass wir hier ein bisschen Luft haben. Und das Reparaturwerk. Können wir uns das bauen? Wollen wir da mal noch gucken, ob wir das bauen können? Bevor ich jetzt hier irgendwie... Zeig mal her. Hier, Reparaturwerkzeug. Wo wollen wir das hier? Hier. Kann ich bauen. Sehr schön. Okay, nice. So, Reparaturwerkzeug. Ich muss jetzt mal hier drauf. Hier, siehst du? Ja. Ah, wie geil. Cool. Das macht er einfach so, oder was? So, schubbeldicht. So, was essen tue ich aber jetzt schon. Nicht, dass... Wenn wir das nächste Mal reinkommen. Ciao, Dave. Oh. Oh. Gibt das so. Wie geil. Sehr schön. So, dann hier die Sachen kannst du wieder rüberpacken. Guck mal, was wir jetzt schon an Ausrüstung so alles haben, ne? Und das ist unsere vierte Folge. Wie geil. So, Freunde. Da würde ich sagen, vielen Dank für das Zuschauen. Und würde ich mich freuen, wenn du morgen wieder mit dabei bist. Also, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.